Himmelsgaben Jesus erläutert Die Zeit der drei Tiere der Offenbarung 7. Mai 1841 Frage, was besagt Offenbarung des Johannes Kapitel 13, Verse 15 bis 18? Und es war dem gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass das Bild des Tieres sogar spreche und bewirke, dass die, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden. Und es bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte dazu, dass sie sich ein Mahlzeichen machen auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn, damit niemand kaufen oder verkaufen könne, der nicht das Mahlzeichen habe mit dem Namen des Tieres oder der Zahl seines Namens. Hier zeige sich die Weisheit. Wer es versteht, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Der Herr spricht In meinem Namen schreibe nur zu, ich weiß schon, woran es euch gebricht. Für gar ferne Dinge reichen eure verlängerten Augen nicht hin, um sie zu erschauen. Bei mittelfernen Gegenständen seht ihr die einseitige Rinde nur. Und von den sehr nahen seht ihr darum nichts, weil sie euch zu nahe liegen und daher auch zu wenig Interesse bieten. Diese Verse der Offenbarung sind doch mit den Händen zu greifen und ihr mögt sie nicht erfassen. Ja, je leichter etwas ist, desto stumpfsinniger seid ihr dabei. Ein nächstes Mal fraget aber nach dem, was euch am allerleichtesten vorkommt. Wahrlich, ihr werdet dabei sicher demütiger werden als durch diese vorliegenden überleichten vier Verse. Und nun habe ich dachte, es ist fürs Erste in diesem Kapitel von drei Tieren die Rede. Erstens vom Hauptdrachen, zweitens vom Tiere, das dem Meer entsteigt, mit sieben zehnhörnigen Köpfen und drittens von einem lammartigen Tiere mit zwei Hörnen am Kopf. Wer der Hauptdrache ist, werdet ihr etwa doch schon wissen, nachdem ich euch schon so oft, und zwar besonders in den zwölf Stunden, von meinem Erzfeinde hinreichende Meldung getan habe, gemeintes Satan hier. Wollt ihr aber das zweite Tier erkennen, so wendet eure Augen auf die nahegelegene Eigenliebe und ihr werdet alle Attribute an ihr bestätigt finden. Es entsteigt dem Meere aller habsüchtigen Begierden und hat sieben Köpfe, das heisst für ein jedes Gebot der Nächstenliebe, einen eigenen mit zehn Hörnen, durch welche vom einen wie vom anderen Haupte gleichermassen allen zehn Geboten Moses entgegengestrebt wird. Ein verwundetes Haupt ist der überall strafbare Diebstahl und Raub. Aber schadet das dem Tier etwas? Oh nein, denn dieses verwundete Haupt ist ja durch all die politischen Staats- und Handelsgesetze vollkommen geheilt. Und so lebt die ganze Welt unter solchen Gesetzen und handelt danach und spottet dadurch dem Lamme und dessen Geboten täglich. Das dritte Tier entsteigt der Erde, sieht aus wie das Lamm, hat aber auch zwei Hörner. Was etwa ist doch das? Ich sage euch, dieses liegt euch am allernächsten. Es ist die, das Wassertier sehr unterstützende und am Ende selbes sogar vergötternde, allgemeine Industrie, die mit ihren zwei Hörnern den Hauptgeboten der Liebe schnurstracks entgegenstrebt. Dass es also ist, blickt nur nach Amerika und England und so weiter. Wie sehr aber dieses dritte Tier eben solche Industrie ist, zeigen euch zum Beispiel die grausamen Kindermisshandlungen in den englischen und amerikanischen Fabriken. Da dieselben oft von 5 Uhr bis 9 Uhr abends beständig stehend, beinahe halbnackt arbeiten müssen und das oft schon von ihrem achten Lebensjahre an. Es wird ihnen kein Unterricht erteilt, ausser dem ihrer industriellen Sklavenbestimmung. Wo könntet ihr das Wesen der Industrie schauen, mit mir und durch mich? So würdet ihr sagen, o Vater, das ist ja der Drache selbst. Übt dieses dritte Tier nicht alle Gewalt des zweiten Tieres, dessen Kopfwunde geheilt wurde, und macht es nicht, dass fast von aller Erde, d.h. wenigstens von ihren Hauptbewohnern, das zweite verwundete Tier völlig angebetet wird? Wird da nicht von angebeteten Königen, Fürsten und anderen industriellen Gründern und Erfindern allenthalben gesprochen? Werden ihnen nicht in aller Welt Denkmäler errichtet? Macht es nicht die grössten Zeichen und lässt Feuer vom Himmel fallen, d.h. lehrt es nicht ganz vernünftig vor den blinden Menschen, als sei sogar Fleiss das eigentliche Wesen aller Religion und die gotteswürdigste Verehrung, wo nicht selbst die beste Anbetung? Wie ist das doch ein Barsterraub des Feuers vom Himmel, dem Menschen Glauben machen, dass ich auch durch Gräuel mag verehrt werden? Aber nur eine ganz kurze Zeit wäre solches noch. Wo seht die Verführung der Erdbewohner? Das Bild des Tieres mit der Schwertwunde aller politischen Gerechtigkeit ist nun vollkommen lebendig. Die Menschen wurden genötigt, mit ihrem Blute dieses Bild aufzurichten. Und nun pranget es und redet und gebietet, tötet und wird angebetet von allen Würmern und Speichelleckern, die darum Gelehrte und Journalisten betitelt werden, und noch von einer Anzahl Schmeissfliegern, die von allem etwas haben müssen, um dadurch, ohne zu arbeiten, etwas zu verdienen. Es wage aber nun jemand dieses Tier nicht anzubieten, so wird er gar bald wahrnehmen, wie viel es weltlich für ihn geschlagen hat. Das aber ist der Geist oder das Leben im Bilde des Tieres, das die Eigenliebe und Habsucht bei all den Weltgrossen den höchsten Gipfel erreicht hat. Das ist die Vollzahl 666, wobei die Eigenliebe ist gleich 600, das geraubte Himmelsfeuer gleich 60, das heisst das göttliche Gebot, ist 10-fach zum Eigennutz angewendet, und die Nächstenliebe endlich nur gleich 6, das heisst es gilt die allervollkommenste Sklaverei. Statt 100 für 1 zu geben, fordert man 100 für 1. Seht und begreift nun die Bezeichnung der rechten Hand und der Stirne, sowohl bei grossen und kleinen, reichen und armen, freien und knechten. Ist es nicht die Herrschsucht? Entweder durch Macht oder Weltverstand? Sagt, ob jemand nun ohne diese Zeichen etwas vermag? Was gilt ohne dieses Zeichen dem Menschen? Wahrlich, ich sage euch, so aus euch jemand Töchter hat, wird sie wohl einem Unbezeichneten geben? Oder werden sie einen Unbezeichneten verlangen? Kann jemand, wenn er nicht ein Zeichen hat oder ein Amt vom Tiere erhielt, noch irgendein Weltglück machen? Ihr selbst seid bezeichnet, bis auf meinen Knecht, den ich mit grosser Mühe bis jetzt noch unbezeichnet erhielt. Ich sage euch aber, wenn ich es zuliesse, dass er eine eurer Töchter verlangte, ihr würdet ihn ganz sonderbar bedenklich ansehen und ihm freundlich raten, davon abzusehen, da es sich doch nicht tun möchte, weil er nicht bezeichnet ist. So ihr aber schon solches tätet mit einem, den ich euch in der Nacht der Nächte zur Leuchte gemacht habe, was würdet ihr erst tun, so sich ein anderer, unbezeichneter Unterstände, solches von euch zu verlangen? Ich sage, ihr ließt die Töchter eher lebendig einmauern, wohlverstanden. Ich bin der Meinung, nun dürfte euch die Bezeichnung wohl so ziemlich klar sein. Wer vermag nun zu kaufen und zu verkaufen, ohne dieses Zeichen? Aber die 42 Monate, gemäss Offenbarung 13,5, sind bald zu Ende, da die Gebote der Nächstenliebe schon über 5 mal 7-fach auf die Eigenliebe angewendet wurden. Ich aber sage euch, suchet das Zeichen, durch das Feuer meiner Liebe zu vertilgen, so dann werdet ihr zum wahren, inneren Leben gelangen. Darum aber ist es gerade jetzt so schwer, zum inneren Leben aus und in mir zu gelangen, weil das Zeichen jeden in die Welt hinaus brennt. Daher lasst euch von mir, von der Welt des Tieres zurückbrennen, durch meine Liebe, so werdet ihr das Leben finden, jetzt und ewig. Das spricht der Heilige, Große, Erste und Letzte. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Vielen Dank.